Ich nehme an, Sie wissen, warum Sie hier sind. Lassen Sie mich raten. Sie casten endlich die Boyband, von der Sie immer geträumt haben. Ich wette, Edith, die hat mir zugezwinkert. Die ist gar nicht mal schlecht. Ja, für eine Piratenbraut. Ich habe mein Date verloren für den Abschlussball. Ich dachte, vielleicht würdest du mit mir gehen. Du willst zum Abschlussball mit mir? Die Witzfigur der Schule darf plötzlich das heißeste Mädchen von St. Donavans ausführen. Ich weiß nicht, was Sie mit all dem zu tun haben, aber ich beobachte Sie. Und zwar so funky, mit großen Augen. Ich hatte unserem Schulsprecher einen Diebstahl angehängt. Schafft ihn raus. Ich bin der Sündenbock. Im weiteren Verlauf spannte ich ihm die Freundin aus. Ich werde dich total verderben. Und nebenbei machte ich meinen Führerschein. Wenn wir uns einem Hindernis auf der Straße nähern, wie einem Hund. Plötzlich verschwindet Geld und taucht wieder auf. Es geht hier um was viel Größeres. Oh mein Gott, ich verpasse ihm gleich eine Ohrfeige. Sie werden ein paar von den Sachen, die ich aufgedeckt habe, nicht glauben. War ohne Spiele und Unterschlagung, Diebstahl, Handeln mit Medikamenten. Kauen Sie einfach Kaugummi? Das ist irrelevant. Ich hasse Kaugummi.